er zieht aber er ist noch hier gut da ich noch den retter eingestellt habe Klassien wird es wieder einiger anders machen Tempomat 70 Knallgas los den Hobel rennen und 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 aber ich muss auch sagen wenn selbst wenn du die Linie auswählt auswähl ich einmal normal bitte jawoll ähm und was sie beschrieben ist ob dem Gelenk oder im Solo das könnten das ist eigentlich sehr gut sehr gut also bis jetzt nächste Haltestelle altes Porzellanwerk genau aber mehr Fehler halt im gewissen Kassensystem diese individuellen Ansagen wenn jemand da in der Türe steht oder sonst was da babbelt schon wieder der Typ eine Minute Verspätung ey ja Haltes Porzellanladen einmal normal bitte das steht direkt überfallen hier ja frage mal das ist ja richtig überfallen von denen junge 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 Naja Nächste Haltestelle Treppendorf Luise von Talweg Luise von Talweg und Raumschiff Voyager wird nie nichts wieder sagen ja ein eindricks voller Titel ach ja ich liebe Filmzitate gleich hätte ich mich schon wieder verfahren dann wäre auch mal von der Karte runter geflogen ey ruhig Bus es gibt keinen Kickdown jetzt fünkschmeidig hier ne alter 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 merkt man dass ich keinen Bus fahren kann aber da willkommen bei der Fahrschule Bartalo die Wand sei gegrüßt einen normalen Fahrschein oh ehrlich einmal Tageskarte oh wow danke muss man mal klippen das Sprüche die geilsten Sprüche und kleine Clips ey Eieieiei Eieiei Nächste Haltestelle Treppendorf Markt Jetzt sind wir schon mal vorbeigefahren was hat er mal schon was hat er mal schon was hat er mal schon so so der alter füllt sich nämlich auch immer wieder mit Clips best of so dreimal trupps Achtung ja ups Nächste Haltestelle Treppendorf Markt Nächste Haltestelle Treppendorf Karl Theodor Strasse was soll man denn da rein bekommen jetzt gibt es was zum Lachen eine Wendeplatte na gut wenn ihr mitfahren will ich hat gelitten bei der Linie bei unserer Buslinie 719 das den moin moin mein lieber was geht denn ab wenn das du da bist auch die erstmal einen wunderschönen starten die Woche brenn hier erstmal brenn hier erstmal durch braver Fahrplan hier nächste Haltestelle ja sehr schön also sie gefallen mir aber hast du jetzt oben auch rechts schon gesehen im Bild ich werde mir nachher nochmal die Aufnahme angucken also morgen wenn ich sie schneiden tue und ähm ja liebe Leute mach mal kurz noch am Rande falls ihr nämlich da Lust habt ne suchen wir noch gerne Fahrer dass er Bescheid wisst war gut der war gut ja ja aber ganz ehrlich ich werde es eine Aufnahme die müssen noch machen ich werde es vielleicht so im Stream vorher oder ich werde es halt mal so kurz erwähnen aber wenn Aufnahme da haben wir ja schon die anderen Bilder also wie gesagt das Stückchen schneide ich noch raus und dann passt das so der Alltag die Musik aus Apropos Justin du hast ja mal gesagt ich soll mir ja mal oder du hast mir ja mal geraten dass ich mir das Video mal angucken soll von ähm das EA FC 24 da neue Fifa oh ja das wäre nicht schlecht das wäre nicht schlecht ähm ich bin also mit den neuen mit der neue Grafik die neuen Engine also was du da wow einfach noch geil meine Freundin meine Freundin und ich war am Samstag äh noch beim Döner äh ähm aber wir halt noch essen waren ha 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 da kamen die Kitties vom Fußballtraining waren zu zwei Stück oh boah ey ey hier voll wir müssen wir müssen dann noch spielen eine halbe Stunde hier äh ha ha Fußballspiel nein nein das geht nicht ich hab morgen früh ich muss früh schlafen gehen morgen früh ist ähm ähm ist türkisches Turnier wie türkisch Turnier ey ha ha nein nein geht nicht haha halt ging es nur um das Spiel ey also das muss so ein Renner sein also ich fand es amüsant ich fand es wirklich amüsant also ja ich hab also wie gesagt ich hab ich hab mir jetzt auch angeguckt mit der neuen Technologie wie es da auch die Spiele aufnehmen aber für mich ist es ehrlich gesagt noch zu teuer ja sag ich da ganz ehrlich aber es ist wirklich also es hat Potenzial aber die Technologie vor allem mit dem ähm dass die Spiele jetzt noch mehr glänzen oder mehr äh whatever ach wie hieß die Engine da die Frosty ach Traum willst du für uns modden? gerne haha ach ja ne aber wie gesagt ähm ich hab da auch gestern Abend noch mal ein bisschen reingeschaut bei die wo es halt schon vorhaben aber wie gesagt es ist halt schon teuer und ähm lieber habe ich ein fast bugfreies Spiel äh ähm nein das habe ich mir schon gedacht nein nein war ist auch nur Scherz für die Frage ne also wie gesagt das wäre jetzt auch ein bisschen zu wäre auch ein bisschen viel und ich bin nicht jemand der bettelt ne so wie bitte bitte mod für mich und dann hau mir voll ins Gesicht weil nein hier das war heute na der das ihr das das ich nehme lieber die busse so wie sie kommen und das passt so bin ich auch sehr zufrieden eigentlich so morgen ja der ist mal die klappe halte ich will ja was erkläre was schlimm wird euch da hinten ach guck mal rastin schwarzfahrer traum habe ich jetzt hier ein schwarzfahrer drin der einzige dass ich ein bus ticket nimmt das ist der liebe berndi reiner schönen guten morgen mein lieber ich hoffe du hast doch einen entspannten sonntag gehabt nächste haltestelle ohenkirchen rasenweg ein e-auto ha 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 jetzt aber hier noch schnell jetzt aber hier noch schnell die tickets zieht ja 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 ihr seid ja richtig da ist das ja ja nur wartet mal ab ein schaßt in ein schaß den sie dann als kontrolle dann hier durch geht er findet die der hatte augen master 4 er hat ein augen maß dafür ja genau oder wir könnten sie auch so machen du könntest einfach mal kurz eine aufnahme machen wenn du sagst so stimme hat im technisch einen guten tag allgemeine fahrkartenkontrolle das speichert dann nehme ich hier mir als sound ab und dann gibt es nämlich einen schönen alert dann noch mal ausrufezeichen sowieso oder mit kanalpunkten je nachdem wie ihr das halt haben wollt wer das macht muss ja machen abfahrt fahrkartenkontrolle bitte ach guck mal geht ja auch so haben es auf der aufnahme oder oder man müsste es auch so machen da jetzt reiner das mit der fahrkartenkontrolle gemacht hat ja müsste justin gerade so oh ne das geht gar nicht ey das ist das typische ey das wäre was oh ne hey hier komm her komm raus mit dir das geht gar nicht ja hallo wo laufen sie denn ja haben sogar noch glück gehabt das hält ist ja gerade am spiegel hat sie sich am spiegel am spiegel am spiegel am spiegel ein geld weil das ist heute da los am spiegel schminken können hat mir da jemand montag in die diese super eingelog oder was da ich habe wieder zwei wörter ein 1 rennen so war jetzt wo erstmal ein bisschen pünktlich sind nächste haltestelle hohenkirchen fällt am berg ah na, oh gott oh auf auf naja, naja das mache man das da wollen wir das machen Wer weiß, wer weiß Nächste Haltestelle Ohnkirchen Bahnhof Sie haben Umsteigemöglichkeiten Zum Regionalverkehr Sehr geehrter Fahrgäste Bitte sehen Sie zu, dass Sie Manfred mitnehmen Dann passt das So Na Aus mit dem Schalten Oh Dann haben wir es gepackt Und sogar noch überall pünktlich Wie geht das denn Ja 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 Vielen Dank.